Da kommen die Smokes, der Go scheint zu erfolgen. Da wehrt man sich noch ein bisschen Pac-Man, jetzt geht es auf die Spotty drauf. Drei gegen vier, der Retag ist gestartet. Jetzt haben wir nur noch Exato gegen vier verbleiben. Aber noch den ersten Frack, dann zieht er direkt nach. Jetzt kommt der vierte mit der Glocke, was geht denn jetzt ab?